Die Aufgabe lautet, die Schnittpunkte herauszufinden von der Parabel und der Geraden, also die Koordinaten dieser beiden Punkte. Und dazu muss man erstmal die Gleichungen herausfinden, also y ist gleich für die Gerade und y ist gleich für die Parabel. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, die beiden gleichzusetzen und auszurechnen mit Quadratstiegensung. Ich fange an mit der Gerade. Ich habe hier den y-Abschnitt bei 1. Also ich habe mx plus t. t ist 1, weil hier die 1 ist. Dann suche ich mir für das m Steigungstreik. Wenn ich hier 3 Kästchen habe und hier 3 Kästchen, dann ist m gleich 3 Drittel. Oder ich habe, egal wie ich es mache, das Schöne am Steigungstreik. Ich kann hier 1 cm, 1 cm machen und dann heißt es m gleich 1 Eintel. In jedem Fall ist m gleich 1. Und damit habe ich meine Gerade. y gleich 1 mal x plus 1. Fertig. Die Parabel hat einen Scheitel bei minus 1 minus 1. Das ist xs, der x-Wert vom Scheitel und das ist ys, der y-Wert vom Scheitel. Es gibt die Scheitelform. Also wir haben hier eine Normalparabel, die ist in der Aufgabe gegeben. Wenn ich 1 Meter nach rechts gehe, geht es auch 1 Meter nach oben. Die ist nicht verzerrt. Also Normalparabel, damit habe ich x minus xs in Klammern zum Quadrat plus ys. Also manchmal gibt es hier so ein a und das ist bei dieser Aufgabe 1. Dreht weg. Gut. xs, ys einsetzen. y ist gleich x minus minus 1, also plus 1 in Klammern zum Quadrat minus 1. Der Scheitel ist um 1 Meter nach links verschoben und deswegen steht hier ein Plus, das ist vertauscht. Der Scheitel ist um 1 Meter nach unten verschoben, deswegen habe ich hier ein Minus, das ist richtig. x, y ist immer vertauscht. Diese beiden Gleichungen werden gleichgesetzt. Schneiden heißt gleichsetzen. Also, vielleicht ein bisschen Platz schaffen. Ja. Gut. Zurück. x plus 1 Quadrat minus 1 gleich x, also einmal x plus 1. Hier habe ich ein Binom. x Quadrat plus 2x plus 1 Quadrat, das ist 1, minus 1 ist x plus 1. Der erste Binom. Alles aufräumen, alles auf eine Seite. Also hier minus x minus 1. Dann habe ich x Quadrat 2x minus x ist x. 1, minus 1, minus 1. Da bleibt ein minus 1 übrig. Und hier habe ich 0. Jetzt ist alles schon aufgeräumt. Wer die Mitternachtsformel hat, kann die nutzen. Wir probieren das hier mit quadratischer Ergänzung. Also, ich denke mir hier eine 1 und ich ergänze mit der Hälfte dessen, was da steht. Und das ist eben ein 1,5. Also, ich habe hier x Quadrat plus 2 mal 1,5 x, das ist das 2ab, plus 1,5 Quadrat. Das muss gleich wieder weg. Minus 1,5 Quadrat minus 1. Also, hier ist mein a Quadrat plus 2a, nee, eigentlich ist das ba, das ist eigentlich vertauscht, plus b Quadrat. Genau. Gut, und der erste Teil ist ein Binom. Also, x plus 1,5 in Klammern zum Quadrat. Hier fehlt ist gleich 0. Minus 1,5 mal 1,5 ist ein Viertel. Minus 1 gleich 0. Das Zeug muss rüber. Die quadratische Ergänzung läuft immer gleich ab. Dann habe ich x plus 1,5 zum Quadrat ist 1,25. Also, ein Viertel plus 1 ist 1,25. Jetzt kann ich die Wurzel ziehen und Plus Minus nicht vergessen. Die Wurzel aus 1,25, die geht nicht glatt auf. Das Ziel der Aufgabe war ja auch, die Punkte, die liegen nicht schön auf der Gitterachse. Die kann man nicht ablesen. Das war wahrscheinlich so gedacht. Dann habe ich x plus 1,5 ist plus oder minus. Es ist Wurzel 5 halbe. Genau. Und da mache ich jetzt zwei Fälle. Also, x plus 1,5 gleich Wurzel 5 halbe und x plus 1,5 gleich Minus Wurzel 5 halbe. Also, x1 ist dann Wurzel 5 halbe Minus 1 halbe und x2 ist Minus Wurzel 5 halbe Minus 1 halbe. Selbst ich finde hier die gerundete Version schöner. Also, hier kommt raus 0,62 und hier kommt ungefähr raus Minus 1,62. Und wenn wir das anschauen, das passt hier auch. Also, das könnte hier, hier ist der x-Wert ungefähr bei 0,6 und hier ist der x-Wert ungefähr bei Minus 1,6. Also, haben wir uns wahrscheinlich nicht verrechnet. Wenn die y-Werte gefragt sind, muss man die noch nehmen. Also, einsetzen. Das ist egal, wo ich das einsetze. Ich kann das in die Gerade einsetzen oder in die Parabel einsetzen. Völlig wurscht. Der Witz ist ja genau, dass das gleiche y rauskommt. Also, in einem Fall muss dieses und im anderen Fall dieses y rauskommen. Ich nehme jetzt mal die Gerade. Die ist weniger Arbeit. Da habe ich jetzt y1 ist dann ungefähr das plus 1. Also, 1,62 und y2 ist das ganze plus 1. Also, 0,62. Nun, schauen wir uns das mal an. Genau, hier 1,62 und hier, da habe ich Minus. Minus, 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 Minus. Ja, genau, da habe ich Minus und das habe ich hier vergessen. Ja, hier. Wenn ich da eins dazu mache. So ist es richtig. Ja. Und das war die Aufgabe. Ich kann das mal reverse Sophia- revolutionary skinner, um das auch multiply sein wors Warhol, aber ich dachte, Dod Pfizer, Ja, das war es toll. Aber ich muss schon zufrieden auf sein. Das war das mal an, tactic ist mir Wertig. Untertitelung des ZDF, 2020